Nach dem hervorragenden Sieg Russlands im letzten Spiel, der absolut verdient war und überhaupt nicht knapp, wird das hoffentlich genauso laufen jetzt. Ich muss mich konzentrieren, so geht das nicht. Uh, Elfmeter! Scheiße, du bist mit eigenen Füßen gestolpert. Muss ein Torwart auf, raus? Ich pass nicht mehr. Ich pass nicht mehr. Und guckt mal, wie nah er ans Tor geht, wie so eine kleine Pussy. Ich war da von der Distanz nichts, kann? Alle in die Kommentare schreiben, Emel Simpliart, Manny ist eine Pussy. Rieche ich da Salz? Alle kommen da, haben angepittet. Ai, 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 guck mal, jetzt machen wir mal zwei Millilometer vom Tor entfernt. Ich rieche Salz. Nee, ich bin grad nicht in der Küche, tut mir leid. Der Torwart, mein Weg, Elfmeter, auf geht's! Aua! Das war grad Physikunterricht. I like. Danke, mein Ohren bluten jetzt. Blau! Das war's, das könnte was werden. Hol uns! Aua! Ey, sag mal. Meine Abwehr. Wuh! Meine Abwehr! Da! Kommentar-Sektion. So sind Tore aus. Ja. So, und hier ist das. Hol uns! Nein! Was bist du denn? Verwarnung! Nein, das ist ne Verwarnung, ne Verwarnung, ich packe's nicht mehr. Wahrscheinlich ist das ne Verwarnung. Oh, ey. Ehre! Ehre! Bist du Bauer, oder was? Small-Off! Small-Off wieder in letzter Minute, ey, der tut es ne Legende ohne Scheiß. Ich packe's nicht mehr. Ja! 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 Ja!